Hau die Hände, unser Beister. Da ist der Papa mit dem Fuß runtergegangen. Was? Da, den Berg. Kalvarienberg hast du das. Jetzt kannst du die Landschaft führen. Ja. Da sieht man das Haus überhaupt noch. Da, filmen. St. Queter. Da ist der Papa ohne die Schule gegangen. Da bist du ohne Schule gegangen? Da unten. Kannst du mal runtergehen? Da bin ich in die Schule gegangen. Aber kannst du mal runtergehen? Da ist der Volksschule. Da ist der Volksschule. Das ist der Volksschule. Das ist der Volksschule. Das ist der Volksschule. Ja. Da ist der Volksschule. Ja. Das ist der Volksschule. Ja. Ja. Es sind in alle Richtungen gegangen. Mhm. Das ist der Volksschule. Ja. Ich kaste noch 150 Euro. Jetzt sind sie nicht mehr so teuer, Franz. Sie sind nicht mehr so teuer, wenn sie zu filmen. Ja. Ja. Du kannst 30 Stunden filmen damit. 30 Stunden filmen, ohne dass du... Ja. Dann steckst du den Fernseher an, kannst du anschauen. 30 Stunden. Die werden immer brülliger und... ...gibt es immer bessere. Und handlich. Mhm. Ja. Weil der Akku... ...meister der Akku hat ihn mir so von Platz gebracht. Ja. Ja. Durch den Chip braucht er kein Strom mehr. Ja. Ich suche einen Akku. Der hat immer einen Akku, der die großen durchschlagen. Ja. Aber ganz entsprochen, gell. Der hat der Heiden. Der schaut den Auto aus. Der schaut den Auto aus. Ja. Der schaut den Auto aus. Ja. Ja. Der hat nicht nur eine kurze Zeit. Ja, ja. Der hat einen großen Traktor. Großer Traktor. Der ist ja der Großer. Und der andere. Der Kleine. Der Alte. Der Kleine. Jetzt schaut den Auto aus. So.